Hinter mir, sieht ein bisschen aus wie meine Schwester. Das ist so geil hier, ja. Guck mal, das gibt noch eine... Hier sind Kühe mitten auf der Straße. Wir sind hier an so einem Pass. Ist die süß. Und hier gibt es richtig Verkehrsschilder. Vorsicht, unbeaufsichtigt Weidevieh oder irgendwie so. Zuhause geht das nicht. Da sagt man höchstens, pass auf, da sind Rehe oder da ist berotte Wildschweine. Aber das ist hier geil. Wir haben vorhin fast eine mitgenommen. Wie gesagt, die sind ja so freundlich, ne. Und vorhin stand eine im Schatten an der Straße und kam auf einmal freiloben. Die haben wir fast erwischt. Guck dir keine Versicherung hier. Uns ist der Blinker kaputt hier. Und was passiert? Das ist eine Kuhrin hier. Ist die süß. Da ist eine Kuhrin hier ran. Die ganze paar Straßen hier sind voll mit Kuhscheiße. Warte, ich muss die da oben auch noch mal. Ist das goldig. Und das essen wir. Komm doch mal her. Habt doch nicht so eine Angst. Eigensinnig sind sie ja ein bisschen trotzig, würde ich fast sagen. Eigene Bilder. Na komm doch mal her. Kann ich mal zu dir. Oh, die schafft nicht ihre Zunge bis zum Nasenloch zu machen. Habt ihr das gesehen? Ich geh mal hin. Mal gucken. Hallo Kuh. Guck mal, was hier von der Jugend vielleicht. Wie in so einem Heimatfilm. Voll geil. Mach mich mal auf zur Kuh. Hallo, ich bin Solli Sonnstein. Wer bist du denn? Komm doch mal her. Du musst doch keine Angst haben. Guck mal, du kommst im Fernsehen. Du wirst berühmt. Ich kann hier vor einem Schlachter retten. Ich möchte ja auch nicht abstürzen hier. Oder in irgend so einen Kuhfladen. Komm doch mal her. Ach bitte. Mein Gott, ist die ängstlich. Ja, zeig mir den Arsch. Zeig halt noch was von der Gegend. Wenn ihr seht, hinter mir überall Kühe, Steine, Böche. Wir kommen ja aus dem Flachland. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Gut. Ich will mal was probieren. Einen neuen Abspann. So, das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen mit die. Ich zeig dir doch noch mal. Dieser eine bildet die.